In der heutigen News-Folge handelt es sich um folgende Themen. Konsequenzen für Günter Steiner? Darum baut McLaren keine eigenen Formel-1-Motoren. Was genau, erfahrt ihr in neun Sekunden. Hallo Formel-1-Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Haas-Team-Chef Günter Steiner hat nach der Magnussenstrafe, worüber ich berichtet habe, schlechte Laune und hat wieder einmal einen Fiat-Kommissar kritisiert. Zitat vom Südtiroler, hätten wir nicht einen völlig dummen, idiotischen Kommissar, wären wir Achter geworden. Ich muss noch ergänzen, dass der Däne einen Strafpunkt zu den 5 Sekunden noch dazu bekam. Gespräche mit Rennleiter Michael Macy gab es zwar nicht, aber mit Teammanager Peter Krawler. Das Interessante an der Situation ist, dass es genau der Kommissar war, der Sebastian Vettel beim Kanada-Bombrief bestrafte, nämlich Emmanuel Pirro. Es könnte für Steiner ein Nachspiel haben, denn die FIA will sich die Aussagen noch einmal ansehen. Laut Artikel 12.1.1f ist von einer Verwarnung über eine Geldstrafe bis hin zu einer Sperre alles möglich. Was glaubt ihr, welche Strafe droht dem Südtiroler? McLaren-Teamchef Andreas Seidel erklärte, dass es bei McLaren nie ein Thema war, einen Formel-1-Motor selber zu bauen. Grund ist die Investition von viel Geld in so eine Power-Unit. Gleichzeitig sei ein anderer Grund, die lange Zeit, um auf andere Motoren Konkurrenten aufzuholen. Ernsthaft darüber nachgedacht haben die Briten darüber nicht und sind auch froh, wieder mit Mercedes arbeiten zu dürfen. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ich würde Steiner aufgrund von zwei Beleidigungen in einem Satz zwar keine Sperre geben, aber auch keine Verwarnung. Eine Geldstrafe halte ich für angemessen. Und was McLaren angeht, haben wir wieder etwas dazugelernt. Und nun zum Community-Kommentar. Ramon Samachis hat folgenden Kommentar unter meinem Vettel-Auswahl-Video geschrieben. Mike, was wäre, wenn, wie schon vor Sebastian angesprochen, die V6 abgeschafft werden und nein, keine V8-Motoren und nein, keine V10-Motoren, sondern die Formel 1 2020 mit V12 um die Strecke fahren würde? Also, einige können die V6 mit Zwangsbeatmung ja nicht leiden. Gerade deshalb, weil sie ja so kompliziert sind und der Sound nicht gerade atemberaubend ist. Ich bin ja auch ein Fan von V12, V10 und V8-Motoren mit ihrem Engelsklang, aber die Zeiten sind vorbei, liebe Community. Es ist absolut ausgeschlossen, dass ein 12-Zylinder-Motor mit seinen 6 Litern Hubraum wieder ein Comeback feiert und schon gar nicht 2020. Die V4 wird doch nicht innerhalb weniger Monate den Hubraum einfach so vervierfachen. Das würde zwar mehr Fans an die Strecke und auch vor den Fernseher locken, aber das gilt als ausgeschlossen. Wir müssen der Tatsache einfach ins Auge sehen, dass diese Motoren der Vergangenheit angehören. Traurig, aber wahr. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, liked das Video und wenn noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann es mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao.